Herzlich Willkommen zur 219. Folge von der Sources der Sowjetrepublik Wir haben ja hier 2, wir haben gar nicht genug Kohle jetzt Wir müssen da mal auf 5 hochgehen, wir müssen hier mehr speichern Hier muss mehr Durchsatz kommen Da reichen uns die, ach wir haben hier die Leute, ist doch vollkommen egal, geh hier hoch Mach den Rubel voll, der kann da voll sein und ein bisschen abwinken Ist doch vollkommen egal So, jetzt machen wir das Ding ja voll 1.000 Tonnen Kohlerz Sind doch schon Leute unterwegs sind Das Baum Das haben sie gebaut Das Baum Haben sie gebaut Das Baum Da kriegen wir nix rein Die Straßenanschüsse da haben wir ja auch schon So, es fackelt mal wieder irgendwo Ja genau, das Neubaugebäude Es ist klar Nieb 766 766 766 Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Los, raus mal euch Los, raus mal euch Los, raus mal euch Was ist hier vor schon mal Da haben wir ein bisschen mehr Elektrizitätsprobleme Hier unten Das ist Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Warum haben die jetzt keinen Strom? Vor allem weil die produzieren ja noch nicht mal mehr Kein Kommentar Also keine Sportart kann ich absolut nicht nachvollziehen Sehr gut Ordentlichen Platz einer Arbeitslose Sehr gut Ordentlichen Platz einer Arbeitslose Lass mich mal ganz kurz Ah damnit Jetzt weiß ich auch warum Jetzt weiß ich auch warum Weil wir natürlich das hier stehen gelegt haben Klamotten, Klamotten, Klamotten Von dieser Straßenaussstation Von dieser Straßenaussstation Jetzt hab ich da bestimmt auch irgendwie auch Irgendwann verwendet Ich hab mal geklappt Die hat eine Direkturung von dir So Das ist alles Dann müssen wir nur irgendwann umstellen Hier ist noch ein Roller Train is waiting too long Ja 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 Kriegen Kriegen sie doch gleich wieder Warte mal Ja Da ist die Frau Offeresses Sind da noch dabei Kann ich das noch machen Ja Die haben da drin, ne? Ja. Fehlt noch ein bisschen Stahl, das machen sie aber. Und dann soll dort auch nichts mehr gekauft werden. So. Ressource im letzten Monat 196.000 gewinnen. In diesem Monat 72.000. Warum? Weil cool. So, mechanische Komponenten und Stahl. Äh, nein. Wo wollte ich das hin? Uni. Ich mach das auch mal fertig. Rät sich hier komplett voll, ne? Aber du bist fertig. Das muss fertig gemacht werden. Keine Arbeit drüber, Baufahrzeuge. Megaschlecht. Du bist voll. Wir warten hier auf Abholung. Ah, Baufahrzeuge. Noch mehr Baufahrzeuge. Noch mehr Baufahrzeuge. Noch mehr Baufahrzeuge. Ja, wo sind die Arbeiter? Da kommen die Arbeiter. So, jetzt geht das rund hier. Das sind eigentlich beide Rohstoffspeicher. Mega wichtig. Aber wenn zumindest schon mal einer fertig sein würde. Stahl ist dann einfach mechanisch genug. Stopp. Stahl, 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 Stahl. Holen sie. Hier seid fast so weit. So, das kann als nächstes gebaut werden. Dann haben wir da noch den. Dann könnten wir das in Betrieb nehmen. Das wäre auch nicht schlecht. Achso. Ich würde jetzt aber zur Kneipe hin kommen. Hier auch noch. Hier. Hier auch noch. Hier. Da nicht hin. Aber ihr würdet zu der Kneipe kommen. Gut. Dann soll das nicht passen. Die kommen da hoch. Die sind noch gar nicht fertig. Wollen wir das mal gucken können. Okay. Äh. Hier hinten. Nächster Punkt. Oh. 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 Under das mit der nächsten Punkt. Ich will das nicht nicht soochen mit. Oh. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Da müssen wir mal gucken, auf welche Höhe wir sind. Ah, die sind doch schon genau an der Grenze. Ladrat-Modell. Was haben wir hier? 150. Achso, die Eisenbahnbrücke. 21, 140, 140. Die ist schief, ne? Wir müssen eigentlich unten ankommen. Ist auch leicht schief. Das ist die Unterreise. Das sieht gut aus. Ich glaube schon, dass sie die Druck haben, oder? Die Ausflug, die sind in die Oberfläche. Die ausflugt. Die Ausflug. Die Ausflug ist ja schön. Die 34. Die sieht gut aus. Die Ausflug ist nicht gut aus. Viel Spaß, viel Spaß. Macht was draus. Achso, die Fotografie ist noch an. Das ist der Hauptspeicher und das ist der Rohstoffspeicher dafür. Na gut, wir haben jetzt gerade 1200 von rausgezogen. Aber der scheint auch gerade erst fertig geworden zu sein. Wenn wir da jetzt 2000 Tonnen Zwischenspeicher, das sind halt nochmal drei bis jetzt drei Züge. Kommt aber gerade nicht wirklich viel an. Die sind nicht voll besetzt. Achso. Ja okay. Kommt nicht viel an, weil der hier natürlich ist auch noch. Ressourcen für Google, automatischer Kauf. Nichts. Und hier Ressourcen für automatischer Kauf. Kohle 172 Tonnen. So komm, mach den mal voll. Damit die beiden dort vielleicht ein bisschen mehr bekommen. Dann müssen wir uns das mal ganz kurz angucken. Los komm, mach vorne. Das kommt aber schon im nächsten Jahr, ne? Oh ne. Okay. Wo ist man voll Salz? Okay, ist voll. Das ist halt echt knapp, ne? Der ist jetzt halt... Puh. Das ist halt echt knapp, ne? Das ist ja. Achso, jetzt ist wieder voll Salz. Ja, das kriegen wir schon hin. So. Habt ihr noch was zu tun? Ja, die beiden Straßen, aber hier haben wir welche frei. Wie sieht das aus mit Stahl hier? Echt schlicht, ne? 200 und Stahl. Brauchten halt 400. 480. 560 Tonnen Stahl, 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 Stahl. Also eigentlich das Doppelte. Jetzt ist Eisenhärz gleich leer, aber es ist gut, dann können wir den Zug mal befolgen. Das müssen wir gleich noch mal kontrollieren, warum er nicht unten rumfährt. Warte mal, wenn das so leer ist. Also die Ruhe ist auch schwer, muss ich sagen. Ich würde es jetzt mal ganz kurz oben gucken. Aber es geht echt super. So. Der Punkt, warum er nicht die lang fährt. Also er könnte theoretisch. Da ist noch nichts drin. 700. Da wurde, glaube ich, abgerollt. so. So. Kohle, bitte. Kohle, bitte. Los, komm, gib Gas. Darf nicht ausfallen. Wir brauchen massenhaft an Stahl jetzt. Also nicht das. Wie geht's shops? Dann kommt auch mal wieder. Zwei zugewohnen kannst du nur. bitteschön drei stück wie sieht das jetzt hier aus schon das ist eigentlich ganz gut dabei finde ich jetzt wird etwas nach beton und kies und asphalt betonkies und das volt betonkies ja und betonkester werden jetzt leicht okay minimal leicht oder beton wird es keiner mehr stehen mit 38 12 ton 10 ton Ja, dann... Könnt ihr auch mit rausfahren, ja Ja Kriegen wir nicht von dort aus Es gibt doch hier so... Das müssen wir nur rein, ne Na gut, dann ist das halt so... Haben wir dann die Möglichkeit unter Umständen einer Trockenmasse-Tank... Haben wir... Stahl... Zement-Beton Aber jetzt drei Stück Auf... Haufen... Tschüss... Schicken die da mal raus Tschüss... Wo stehst du? Tschüss... Habt ihr schon ein bisschen... Habt ihr schon ein bisschen... Aber jetzt können wir die Trockenmasse-Tank-Fahrer hier... Ach... 18 Tonnen... Halt mal rein... Halt mal rein... 40 Tonnen... Mit drei Ladungen schaffen sie halt mal... 173 Tonnen... Deswegen schießen die natürlich jetzt alle sofort wieder los... Aber gut... 100 Tonnen... 100 Tonnen... 17 Tonnen... 145 Tonnen... Pfff... Hier muss nur die Trockenmasse-Tanker vorlassen... Das Problem ist... Wenn wir Beton brauchen... Dann brauchen wir gleich richtig Beton... So... Beton... Sind... Auf... Nicht so auf warten... Bis alles... Das heißt... Ihr könnt auch... Da auch fahren... Dann lasst mal lieber 6 Leute da auch auf die fahren... Das ist mir lieber... Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen... Bis zum nächsten Mal... Und tschüss...